Einen schlammtastischen Tag, verehrte Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GameyGuys.de. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es wieder einmal drei verrückte Dinge in Minecraft, die tatsächlich funktionieren. Ich weiß gar nicht mittlerweile, wievielte Ausgabe ist das? Ich habe keine Ahnung, ihr seht es auf jeden Fall im Titel. Es ist auf jeden Fall schon die fünfte oder so, ich weiß es nicht, es tut mir leid, wenn ich mich jetzt täusche, aber eine neue Ausgabe und wir gucken uns heute wieder drei coole Dinge an, wo man sich denkt, okay, warum funktioniert das überhaupt in Minecraft, die auch wirklich sehr praktisch sind. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, heute ist sogar ein Favorit für mich dabei, werdet ihr gleich sehen, auf jeden Fall dranbleiben, lohnt sich in diesem Fall. Bevor wir aber starten, wie immer, vergesst nicht, die kostenlose Abo-Taste zu drücken, hilft dem Kanal sehr weiter und wir sind bald irgendwann mal bei 300.000 Abonnenten, das dauert natürlich noch, aber besten Dank auf jeden Fall für euren Support in der letzten Zeit. Vielen, vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel und auch gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch die heutige Ausgabe gefallen sollte, wie auch allgemein natürlich die Serie gefallen sollte. Besten Dank dafür und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Die erste Sache von heute, zugegeben, ist eigentlich in Anführungsstrichen sinnfrei, aber trotzdem irgendwie auch cool, weil es optisch halt wirklich einfach mal irgendwie was hermacht, muss ich sagen. Also ich mag das so, wenn man durch so ein paar Erbaunisse, wenn man das so formulieren kann, einfach mal Blöcke erschafft, die so eigentlich gar nicht schon existieren, aber so in der Form eigentlich nicht existieren dürften. Es geht nämlich um die Mauern in Minecraft. Es gibt ja einmal diese Mauer und wenn man die Mauer verbunden hat, diese Mauer. Und man kann mit einem kleinen Trick halt diese Mauer hier bekommen, diese ganz, ganz flache, normale, stinknormale Mauer. Also es gibt keine andere Möglichkeit, die zu bekommen, nur mit dem Trick, wie wir das jetzt hier machen werden. Also wir müssen uns etwas weiter oben einmal so eine kleine, ja, Farm bauen. Farm ist jetzt wirklich das falsche Wort dafür, aber wir brauchen einen Redstone-Block, einen Block frei, dann die Mauer, einen Block frei und dann nochmal einen Redstone-Block. Ihr könnt es natürlich auch mit einem normalen Block machen und das Ganze mit dem Schalter aktivieren, ist völlig egal. Aber ich glaube, wenn das eine aktive Redstone-Leitung ist und man das TNT an die Seite dann hier rein platziert, dürfte das eigentlich auch noch funktionieren. Müsst ihr einfach mal testen, aber einen Redstone-Block dürfte eigentlich jeder dabei haben. Und wenn wir jetzt hingehen, hier mal TNT hin platzieren und hier auch, seht ihr schon, haben wir jetzt hier diese verrückte Mauer erschaffen, die auch einfach mal so stehen bleibt. Und man sollte das natürlich etwas weiter oben machen, weil das TNT logischerweise auf dem gleichen Level bleiben würde auf dem Boden und dann würde die Mauer halt auch zerstört bei der Explosion. Deswegen ist es halt in Anführungsstrichen etwas Sinnfreies. Ich wollte es dennoch einfach mal mitten in die Folge packen, weil ich es doch interessant finde. Natürlich, wenn wir jetzt was Neues da hin platzieren, verschwindet die Mauer wieder. Dann muss man dann einfach wieder TNT hin platzieren, um diese komische Mittelmauer zu erschaffen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem lustig. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Comics schreiben oder ist das einfach absolut sinnfrei. Ich finde es irgendwie lustig. Die zweite wirklich verrückte Sache von heute, muss ich zugeben, ist auch mein absoluter Favorit von heute. Geht leider momentan nur auf der Battle Edition von Minecraft. Aber ganz stopp, bevor die jahrelischen Spiele jetzt ausrasten, abschalten, wie auch immer. Es ist ein Feature, ein sogenanntes Parity Feature, was bald auch auf die jahrelischen kommt. Dementsprechend kann ich hier ganz, ganz schnell und ganz, ganz easy die ganzen Gemüter einfach mal beruhigen, dass wir das bald auch alle auf der jahrelischen genießen und tun dürfen, weil es auch ein wirklich cooles Feature ist. Es betrifft wieder einmal die wunderschönen Kessel. Wir wissen ja alle mittlerweile, mit den Pointed Ripstone gibt es die Möglichkeit, solche kleinen Wasserquellen zu erschaffen. Das heißt, über den Tropfstein, oder den Stadaktit in diesem Fall, haben wir darüber eine Wasserquelle, befüllt dieser Tropfstein einen darunterliegenden Kessel. Das dauert natürlich seine Zeit. Ja, mit den ganzen Ticks dauert das natürlich auch ein bisschen länger. Also diese Ticks in Minecraft halt. Also das Tick-Speed kann man zwar erhöhen per Befehl, aber mit normalem Tick-Speed dauert das halt eine gewisse Zeit. Aber, jetzt ist es so, man kann natürlich auch Lava da rein machen und der Kessel befüllt sich mit Lava. Das geht ja mittlerweile auch auf der Java Edition. Ist ja auch da ein brandneues Feature. Auf der Bedrock Edition gibt es da schon eine gefüllte Ewigkeit. Jetzt ist es aber wirklich so, was die Sache wirklich sehr spannend macht. Man kann auf der Bedrock Edition auch Tränke in einen Kessel reinfüllen. Nehmen wir einfach mal an, du hast einen einzigen Trank der Regeneration. Und du denkst dir jetzt, oh Mann, der ist mir viel zu schade zu trinken. Ich hätte gerne mehr. Und statt dir jetzt einfach mal noch mehr zu brauen, was natürlich auch ja Ressourcen voraussetzt, die du erstmal finden musst oder craften musst, wie auch immer, dauert natürlich seine Zeit. Kannst du jetzt hingehen, den Kessel ja leer machen, also das Wasser rausfüllen und dann den Trank hier reinfüllen. Jetzt haben wir hier eine Ebene, sag ich jetzt mal, vom Kessel erfüllt oder befüllt mit dem Trank der Regeneration. Und das Praktische ist jetzt einfach, der Tropfstein darüber, der befüllt den Kessel jetzt weiterhin und macht das Ganze aber nicht mit Wasser, sondern mit dem Trank. Das heißt, der befüllt diesen Trank weiter komplett nach oben. Also wir machen das Tick-Speed einfach mal auf 4096 ist das Maximum auf der Bedrock Edition. Und ihr werdet sehen, der Kessel ist gleich komplett voll. Und das bedeutet, wir können daraus jetzt nicht nur einmal einen Trank der Regeneration wieder rausfischen, den wir ja da reingebuttert haben, sondern ich glaube insgesamt, lass uns mal gerade gucken, wir haben jetzt, ja, wir ignorieren jetzt einfach mal diesen Trank hier, weil wir ja im Creative Mode sind. Also wir haben jetzt einen, zwei, drei Stück gemacht. Wir müssen natürlich eine Etage drin lassen sozusagen, damit der Kessel nicht Wasser befüllt, sondern halt dementsprechend auch den Trank. Das heißt, den müssen wir wieder reinfüllen. Aber wir haben easy peasy aus einem wirklich drei gemacht, wovon wir dann zwei benutzen können. Und auf lange Sicht, wenn man das Ganze jetzt, ja, ein bisschen weiter und breiter baut, hat man eine einfache, unendliche Quelle für Tränke. Und das funktioniert ja mit allen Tränken. Mit Drachenatem leider nicht, habe ich schon probiert. Aber mit allen Tränken, die es im Spiel gibt, logischerweise, funktioniert das. Und somit hast du eine unendliche Quelle für Tränke, was ich persönlich mega nice finde. Und wenn man da noch hingeht und sich so ein cooles Labor hier einfach mal in seiner Minecraft-Welt erbaut, sieht das dann schon so aus. Dann hat man verschiedene, ja, Dripstones, die dann die verschiedensten Tränke einfach mal in irgendeiner Form produzieren sozusagen. Dann schnappen wir uns hier so eine Flasche, haben dann hier einfach mal ein paar Tränke, der Sprung... Okay, wir haben jetzt natürlich nur einen Trank, eine Flasche, logischerweise. Aber das geht halt einfach easy peasy. Und ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr, ja, ressourcensparende Möglichkeit und auch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit. Bei Dripstone bekommt man einen sehr, sehr schnell und das dann aufzubauen, ist natürlich sehr, sehr einfach. Ist auch völlig egal, welche Größe das ist. Also es muss jetzt natürlich nicht die Größe hier sein, kann auch kleiner oder sogar größer sein. Ist euch überlassen, wie es für euch optisch am schönsten ist. Aber für mich mit so die beste Möglichkeit, Tränke zu farmen in Minecraft und das wirklich ressourcenarm. Und das finde ich sehr, sehr cool. Eure Meinung unbedingt gerne mal in die Kommis, wenn ihr mich sehr interessiert. Bei der letzten Sache von heute muss ich direkt vorab sagen, ich dachte echt eine lange Zeit, dass das ein Cap wäre auf TikTok. Also ein Fake in irgendeiner Form. Ich habe es jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Mal ausprobiert und es ist, glaube ich, in drei bis vier Fällen, ja, sagen wir mal dreieinhalb Fällen, wenn man das so sagen kann, hat es dann tatsächlich funktioniert. Und ich dachte, komm, nimm es einfach mal mit in die Folge, müsst ihr mal testen. Bei mir hat es, wie gesagt, so bei 50 Prozent, 60 Prozent um den Dreh einfach mal funktioniert. Vielleicht, wenn man das noch öfter testet, dürfte das vielleicht doch noch öfter funktionieren. Logischerweise macht ja auch Sinn. Und jedenfalls hat es wieder etwas mit einem Trick zu tun, in dem man logischerweise, es geht wieder um die Diamanten, schneller diese finden kann. Also, es geht nämlich um Folgendes. Wenn ihr irgendwo auf eurer Höhlenwanderung auf Lapis trefft, dann baut diesen Lapisblock oder das Lapiserz allgemein nicht sofort ab. Denn es betrifft halt auch einen kleinen Dia-Trick. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und F3 drücken, wir müssen nämlich Richtung Norden gucken, Bad Rock Edition, schnappt euch einfach eine Karte. Und wenn euer Dude da unten, also der Mauszeiger sozusagen nach oben guckt, also der kleine Punkt da unten, dann schaut ihr logischerweise nach Norden. Wie ihr sehen könnt, macht ja auch Sinn, weil oben ist ja auch Norden. Deswegen nicht meckern, ihr habt kein F3-Menü, ich weiß, aber man kann einfach eine Karte nehmen. Dementsprechend suchen wir uns halt das Erz logischerweise und gehen dann vier Blöcke weiter Richtung Norden. Das heißt, wir gucken Richtung Norden und bauen vier Blöcke ab. Eins, zwei, drei, vier. Und beim vierten bauen wir uns dann einfach mal runter und da sollen wir dann irgendwann angeblich immer auf Dia-Score. Ich weiß jetzt gar nicht, oh okay, hat es sogar jetzt wirklich funktioniert. Das ist jetzt verrückt, das war jetzt nicht gestaged oder sowas. Ich wollte nämlich auch eigentlich mal ein Fail mit in die Folge nehmen, aber in diesem Fall hat es sogar wieder funktioniert. Wie viele sind es denn? Schon mal drei, drei Dia-Score, das ist satisfying, Dia zu finden irgendwie, ich liebe es. Okay, drei Dia-Erze, das ist natürlich schon nice, muss man schon sagen. Ist cool, hat in diesem Fall funktioniert. Ich muss aber direkt ehrlicherweise sagen, es gab auch genug Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Deswegen müsst ihr das mal testen. Es ist wie bei dem Lehm. Bei dem Lehm hat es bei mir so 90, 95 Prozent in den Fällen geklappt. Bei diesem hier hat es jetzt so wie gesagt 60, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich bin ja jetzt kein Mathematiker. Auch funktioniert. Geht einfach mal wirklich bitte hin und testet diese Methode und berichtet dann in den Kommentaren, ob es funktioniert hat, wie oft hat es funktioniert oder hat es gar nicht funktioniert. Das würde mich einfach mal interessieren, um halt wirklich festzulegen, ist das so gewollt? Ist das wirklich eine Methode, Dia zu farmen oder nicht? Das würde mich halt sehr interessieren. Deswegen unbedingt, falls ihr das testen solltet, sowohl Badrock als auch Java unbedingt in die Kommentare schreiben. Danke dafür. Ja Freunde, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Werden wir gerade entspannt durch den Ozean schwimmen mit einer unendlichen Luft. Ihr wisst Bescheid, der Slime kann das halt einfach. Oh, ein Korallenriff kommt jetzt auch noch. Oh, das ist ein perfektes Ende für das Video. Während wir hier einfach mal durchschwimmen, schreibt auf jeden Fall gerne eure Meinung zu diesem ganzen Ding in die Kommentare. Habt ihr noch andere Vorschläge? Falls ja, natürlich auch gerne her damit. Und natürlich nicht bewerten, nicht bewerten vergessen. Ah ja, nicht vergessen, das Video zu bewerten. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Resttag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde. Ciao. Bis zum nächsten Mal.